So, wo lagst du denn unten? Ach, da drüben im Haus. Ich würde jetzt fast noch zum... ...von Westenang fahren. Es fährt direkt hierher. Wenn es anhält, schieße ich. Ja. Hit. Zwei Autos. Die sind hier zwei in den Stein. Einen habe ich. Zwei habe ich. Zwei knockdown hinterm Stein. Wo ist der Rest von dem Auto hingefahren? Weiter Richtung Norden am Haus vorbei. In eure Richtung. Die zwei sind unter Richtung gelaufen. Einer. Ich kann nicht aufstehen hier. Wenn ich aufstehe, bin ich tot. Und im Süden laufen vier Mann rum. Hinter dem Hügel. Einen habe ich. Ich bin knocked out. Von hinten denn? Ja, ja. Kann einer reinkommen? Vorsicht, da Richtung Süden sind drei Mann Mark. Da wo die Tür gerade auf oder rausgeguckt hast. Das war's. Das war's. Was war das denn? Da oben wirst du gesehen. Da oben wirst du gesehen. Da oben wirst du gesehen. War der instant down der letzte? Ja. Ne, der war auch knocked out. Den habe ich dann. Da ist noch einer hinterm Baum. Noch einer. Ja. Ah, fuck. Der wollte seinen Kollegen gerade looten. Hab ihn. Tot. Nice. Ja, okay. Das jetzt auf die anderen konzentrieren. Das war der letzte. Kann sein, dass welche direkt am Haus dran sind. Ja, ist ein Schuss voll versiebt. Von dort hin kommen welche. Drei Mann. Ist halt auf der längsten Seite. Kein Stress. Ja, hau dir. Dass keiner in den Rücken schießt. Was ist das Problem? Das ganz rechts, ganz rechts außen. Da kommen wir erstmal über den Hügel gucken und haben nach links Cover. Ich habe die Kamera nach hinten. Da wäre noch ein Motorrad gewesen. Oh ja. Von hinten sehe ich nix. Von hinten sehe ich nix. Ja. Ich muss jetzt so und so. Mensch, einen zuerst sehe. Ist er tot mit der AWM. Sag mal. Da unten noch Stein war einer. Geradeaus. Hier oder? Rechts, 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 Südwesten. Der Stein ist jetzt in dem Baum. Ich glaube ich nehme den Baum noch vorher. Da musst du. Links Schüsse. Sollen wir uns erstmal bedeckt halten? Ja. Ich schieße den noch nicht ab. Da am Felsen hockt einer hinter. Du bist frei. Du bist von der Rückenseite frei. Da ist einer am Fels. Guck mal nach Südwesten hier. Hab einen. Ja, ich hab auch einen. Hinten am Auto. Am Auto. Am Auto ist noch ein Quarz. Okay, ist down. Rechts sind noch Schüsse. Wir sind richtig gut. Da drüben ist ein Felser auf dem Feld. Dahinter war er. Da hockt einer. Warte mal. Der ist down. Der ist schon tot. Was ist da Richtung Felsen? Sind die alle tot? Süd. Ja, da liegen drei am Felsen. Da war noch ein dritter. Marc, du musst dir was sagen, ne? Ich hab zwei. Ich hab einen geheadshotet. Beide links. Ein Stück links noch. Ja, ja, ja. Dahinten laufen noch welche. Ich glaube ich push zur Straße. Zwei Stück laufen übers Feld gerade. Wo, wo, wo. Richtung. Einer hat Hit. 2-10 Südwest. Die Bergkuppel. 2-10. Fuck. Ja, da müssen wir eigentlich hin pushen. Hab einen. Headshot. Noch neun Leute. Am Baum sitzen zwei Mann. Ich würde an euer Stelle schon mal nach unten laufen. Achso, ihr seid in der Zone drin. Ah, ich bewege. Nein, ich kann nicht helfen. Ja, nicht schlimm. Also du musst aufpassen. Sieben Leute noch, ne? Weil wenn nämlich der hochlaufen, dann bist du da oben das Ziel. Weil du überstehen stehst. Und unten kannst dich eventuell noch... Der. Wenn nicht der ist, dann ist der... Ach, da oben liegt. Das ist er. Zwischendrin liegt er. Ja. Noch zwei Leute, ne? Muss nach links laufen, Meter. Ja. Hab einen. Okay. Danke. Ich muss kurz mal auf die andere Seite noch. Noch fünf Schuss. Ja. Zwei. Einer noch. Einer noch. Ja. Ränder runter? Ich bleib hier erst mal. Ja, bleib da. Warte, wirst der Kreis du aus. Ja, der wird dahinter der... Warte mal, der andere lag ja da, ne? Ich schätze mal so Richtung... Da war er doch, Rudi. Nice.